Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft in Dev. So, da sind wir wieder. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben nach einem epischen Fight mit einem Skelett. Und jetzt geht's wieder weiter nach einer kleinen Minecraft Pause mit extrem guten Legs am Anfang. Ach das, was will man mehr? Was will man mehr? Oh, halt. So, den ganz schlauen Köpfen unter euch ist sicher aufgefallen eine kleine Änderung. Und zwar gibt es jetzt Musik. Ja, hui, Musik. So, und zwar, ich habe mir eine Playlist angelegt auf den großherzigen und guten Tipp von LordToadLP. Da haben wir so ein bisschen uns unterhalten über meine Videos, was ich verbessern könnte, was ich anders machen könnte und so. Und das war ein gravierender Punkt. Minecraft, vor allem das Minecraft Ende, was nicht so spannend ist, ohne Musik. Hat ihm überhaupt nicht gefallen. Ich finde auch eigentlich, dass das langweilig war bis jetzt hier. Weil ich nicht so der Dauerredner bin und auch nicht so viele Gesprächsthemen bis jetzt angesprochen habe. Was ich natürlich auch ändern werde. Aber jetzt hier eine Playlist ist schon mal ein guter Anfang. Und die werde ich jetzt hier einfach immer wieder ausbauen und schauen, dass ich genug Vielfalt habe für, sagen wir mal, fünf Stunden oder sieben Stunden Aufnahmezeit. Dass man nicht immerfort leiden muss und die ganzen Musiktitel 10.000 Millionen Mal immer wieder hören muss. Entschuldigung. Das wird ja dann auch mit der Zeit langweilig. Also da werde ich dran arbeiten. Ich werde jetzt da immer wieder die Playlist überarbeiten und neu gestalten oder so, wie man das nennen mag. Und ja, wird sicher eine coole Sache, wenn ich jetzt hier fertig bin mit der Playlist. Ja, fertig werde ich wahrscheinlich nie sein. Ich werde hoffentlich ein paar Games, Sounds, ein paar Spiele, Klassiker reintun dürfen. Da geht es ja dann natürlich auch um die Lizenz. Aber da werde ich dann schauen. Wird sich sicher noch ändern innerhalb von der nächsten Aufnahmesession hier. Und ja. Dann der nächste Punkt, was ich mir vorbereitet habe zu sagen, was ich auch verbessern möchte, sind Gesprächsthemen. Und zwar Gesprächsthemen insofern, dass ich nicht hier irgendwie so, ja, willkommen zurück. Jetzt heben wir hier eine Grube aus. Dann machen wir hier eine Monsterfalle. Und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Habe ich in der letzten Aufnahmesession leider gemacht, was ich feststellen musste. Ach, das muss ich auf jeden Fall ändern hier. Und zwar ins Positive. Denn ich habe mir ja so einen professionellen Zettel hergerichtet, wo ich mir ein paar Gesprächsthemen aufschreiben werde, auch in Zukunft. Stehen schon eins, zwei, drei, vier, fünf oben. Oh, fünf. Fünf an der Zahl. Kraftzahl ist auch so eine gute Idee. Ach, nee, egal. Ich schwebe ab. So. Also, da habe ich mir ein gutes Gesprächsthema vorbereitet für diese Aufnahmesession. Und zwar Facebook. Hm. Die Droge schlechthin habe ich es genannt. Und. So, 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 so. Zack. Da werde ich jetzt einfach mal ein bisschen vor mich hin philosophieren. Aber ganz am Anfang, wer irgendwie Gesprächsthemen, Vorschläge für mich hat, was ich ansprechen könnte, was irgendwer von mir hören will, meine Meinung, worüber ihr gern mit mir diskutieren würdet, bitte schreibt es mir in die Kommentare, schreibt es mir in der PN. Würde mich extrem freuen. Die tue ich dann einfach auch auf meine Liste, wenn ich da irgendwie drüber Bescheid weiß. Wenn nicht, erkundigt mich, Wikipedia gibt es, Google gibt es, Google ist ein Freund, wie ein toller Spruch meint. Da werde ich mich dann einfach erkundigen mal. Und. Dann das innerhalb von ein paar Tagen ansprechen halt. Also innerhalb von der nächsten Aufnahmesession, wenn ich die, wenn ich den Vorschlag bekommen habe. So, also hier mal der Aufbruch, bitte schreibt mir Gesprächsthemen in die Kommentare oder als PN. Egal unter welchem Video, ich lese mir alle Kommentare immer durch, alle PNs, gebe auch eigentlich immer eine Antwort. Bis jetzt war es nur zwei Kommentare oder so, wo ich noch keine Antwort gegeben habe. Und bitte macht es hier, dieser Aufruf. Ansonsten werden die Folgen etwas langweilig, was ja keiner will. Nicht ich, nicht die Zuschauer. Und schon gar nicht ich. Ja, ich habe mich gerade zweimal genannt. Hast du toll gemacht. Willst du jetzt ein Eis oder einen Keks? Kann ich mir backen beides. So, jetzt zu Facebook. Einfach mal. Es gibt sieben Milliarden Menschen auf der Welt, circa. Bei einem ganz, ganz kluge Köpfe. Das ist auch so ein Gesprächsthema, habe ich mir auch vorbereitet. Aber dazu ein anderes Mal. Sieben Milliarden Menschen auf der Welt, davon haben circa eine Milliarde Facebook. Also eine Milliarde registrierte Nutzer gibt es auf Facebook. Besser gesagt, Accounts. Nutzer kann man ja gar nicht zählen, weil Multi-Accounts gibt es zu Genüge. Aber dazu dann später mehr. Da habe ich mir schon so ein bisschen was gedacht, dabei bei den Gesprächsthemen, was ich hier vorbereitet habe. In meiner unendlichen Vorbereitschaftskeit oder so. Und zwar sieben Milliarden Menschen auf der Welt, eine Milliarde Facebook. Soweit haben wir es einmal. Sagen wir mal, ungefähr die Hälfte von den Menschen lebt in Gebieten, die was too arm sind für Internet. Sich, also Hunger leiden oder wer weiß noch was. Die was einfach keine Möglichkeit haben, irgendwie soziale Netzwerke zu nutzen oder irgendwie überhaupt ins Internet zu kommen. Die total abgeschnitten sind. Beispiele, ja, Afrika ist ein gutes Beispiel. Besser gesagt, ein Negativbeispiel, wie es nicht sein sollte. Die ganzen hungernden Kinder, Erwachsenen in Afrika können sich natürlich kein Internet leisten. Und haben auch überhaupt keine Möglichkeit, wenn sie so reich sind, um sich Internet leisten zu können, dass sie Internet benutzen können. Geschweige denn Facebook. Und davon, von diesen sieben Milliarden Menschen sind das dann die Hälfte. Also 3,5 Milliarden Menschen, sagen wir jetzt einmal, sagen wir einmal grob drei Milliarden Menschen bleiben noch übrig. Diese drei Milliarden Menschen haben Facebook, sagen wir einmal so. Drei Milliarden Menschen gibt es auf der Welt, die die Möglichkeit haben, ins Internet zu gehen, die Möglichkeit haben, Facebook zu nutzen. Dann gibt es natürlich die Kinder, die zu alten Menschen, also die alten Menschen, die nie irgendwas von Facebook gehört haben, die das auch nie machen wollen würden. Dann, sage ich jetzt einfach mal, die können wir auch ausschließen, das sind dann auch mindestens, mindestens zwei Milliarden, nein, mindestens eine Milliarde, sagen wir mal, die was zu jung sind für Facebook oder, sagen wir mal, ganz grob zu alt sind für Facebook. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und diese Menschen können wir auch wegtun von unserer unendlichen Studien-Zeugs-Gedöns. Und zwar, dann gibt es diese Menschen, die Facebook-süchtig sind, die einfach nur Facebook im Kopf haben, egal, jede freie Minute auf Facebook verbringen, weil es ja so toll ist, weil jeder das haben muss, weil es einfach so genial ist, so unendlich geil, wie es die Leute bezeichnen. Und jetzt nicht zu viel zu übertreiben, und nein, ich übertreibe nicht, es gibt solche Leute, die sich 100 Accounts erstellen, 100 ist ein bisschen übertrieben, aber die 5 Accounts gleichzeitig haben, einen für Spiele, einen für Freunde, einen für alle hinzufügen einfach, was auch so ein tolles Thema ist. Und jetzt einfach jeden auf Facebook als Freund hinzufügen, Freund unter Anführungszeichen natürlich. Und da, wenn man sowas macht, das ist einfach krank. Jetzt mal, diese, sagen wir mal, einem, wie viele Menschen, sagen wir jetzt mal, 100 Millionen Menschen. Sagen wir jetzt mal grob. Ich glaube nicht, dass es übertrieben ist, wenn irgendwie, irgendwas eine eigene Meinung dazu hat, wie viele Menschen das sein könnten. Ich sage jetzt einfach mal, 100 Millionen Menschen, die extrem Facebook-süchtig sind und 5 Accounts haben. Tun wir jetzt mal verallgemeinern.